Das ist jetzt hier ein freies Land. Ja, morgen wieder. Ja, morgen wieder. Ja, Demokratie, Pressefreiheit, schon mal gehört? Ja, morgen wieder. Wissen Sie, warum Ihre Tüchter weg wurden? Meine Mädchen wollten nicht von der Welt. Wo wurden die Mädchen das letzte Mal gesehen? Und wo wollten sie hin? Einfach weg. Was ist passiert, Sack? Ich mag deine Methoden nicht. Ohne diese Methoden hätten wir nicht geklappt. Weiß deine Mutter, was du da treibst. So, jetzt macht er euer Maul aus. Du weißt nichts. Gar nichts, weißt du. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als die eigenen Kinder zu beerdigen. Dürfen wir uns das mal ausleihen? Aber verlieren Sie das nicht. Sie wird es brauchen, wenn sie zurückkommt. Dürfen wir uns das nicht an constant. Du weißt, ich Ohne diese Idee bist. Ich bin JAMES